Rock'n'Roll. Warum ist das so? 1954 wurde in New York der Song eingespielt, der den internationalen Siegeszug des Rock'n'Roll begründet hat. Und das haben Bill Haley und seine Comments verzappt. Das ist jetzt 60 Jahre her. Und wir spielen den Song für allejenigen, die über die vielen Jahre den Rock'n'Roll hochgehalten haben. Eine Musik, die nach unserer Meinung auch in 100 Jahren noch laufen wird. Rock around the clock! Rock around the clock! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017